hallo herzlich willkommen zur losung meine lieben freunde zu der zweiten runde und es haben zwölf leute daran teilgenommen finde ich schon mal gut danke für eure teilnahme auf jeden fall und wir kommen auch gleich zu dem gewinnen kurz und knapp heute und da gucken wir mal wer gewinnt michael liebig michael liebig hat zack 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 die nummer drei gucken wir doch mal nach was die nummer drei ist zack zack gehen wir mal ins spiel und im zweiten advent ist die nummer drei das blaue geschenk das ist blaue geschenk und ja er hat gewonnen würde ich sagen er hat gewonnen lieber michael michael liebig ich kann das mal einblenden michael liebig hat gewonnen und schreibt mich an über youtube werden oder endlich auf steam und dann schicke ich dir die den code zu da bist du sozusagen 10 euro reiche ich wünsche dir viel spaß mit dem gewinn und an alle anderen die gewinnen wollen ab morgen ab den sonntag den elften zwölften gibt es dann die nächste runde ich freue mich schon drauf bis dahin 10 euro u